Und ich baue jetzt den 12. hin. Oben können sogar mehr stehen. Da war unten, wenn ich die Tür und die Fenster habe. Das passt. Okay, also unten ist schon mal fertig. Ich gehe jetzt gleich nochmal Steine fahren. Naja, ich muss die Wände fertig kriegen. Das ist es. Die Foundation wird wahrscheinlich nicht hier hin passen. Würde ich sagen, wollen wir es bis hier hin. Jetzt brauchen wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 oder 8 Foundations davon. Ah, da muss ich jetzt schon wieder rechnen, ey. Okay. Wie viel Steinmänner brauchen wir dann jetzt schon wieder? 8 Foundations? Ach da. Also. Hm, okay. Ich darf es gleich wieder eine Steinfarming Session machen. Nein, nein, 640 dafür. Okay. Wood brauche ich. Ja, ja, ja. Ich gehe da meistens bis so weit hin, wie es nur geht. Muss man zwar weit wieder zurücklaufen, aber wenigstens hat man einen Stein wie blöder, ne? Sagen wir einfach 400 Holz. 400 Holz und 300 Setsch. Das ist eigentlich nicht das Problem. Gut, dann weiß ich schon mal Bescheid, wie viel ich ihn etwa brauche. Hm. Wie viel Stein? Lol. Das ist gut. Ich werde jetzt auch noch mal Steinfarmen gehen. 600 Stein. Etwa 400, 500 Holz. Ach Gott, ich werde jetzt alles wieder Zeit in Anspruch nehmen, ey. Das kostet so viel Zeit. Zeit, Zeit, Zeit. So, rein damit. Nein, das nicht. Rein damit. Rein damit. Rein damit. Rein damit. So. Dann. Kein verfreultes Fleisch mehr drin. ich kann auch verfolgt das fleisch reinwerfen fügel am fügel an der wand wie viel fleisch hast du in deiner kann auch mal sowieso später noch das ist gut sollte es aber eigentlich nur 300 etwa 500 etwa aber egal ach so gut dann wieso warte ich hier eigentlich so das schmeiße ich da rein ja ist noch mal so ich gehe jetzt auf dem weg ein farmen also langsam habe ich die schnauze voll von stein fahren ehrlich gesagt so wäre ich hiermit fertig bin heute also ganz ehrlich wenn ich mit den wänden mit den toren und so weiter fertig bin ganz ehrlich dann bin ich froh jetzt kommt die tür kommt mal online und sagt ja ich spiele nicht mehr so viel ich glaube dann würde ich ausrasten das muss ich ihnen wegsteigen ein Duster. Platz zum Teufel. Und weg sind sie. Hast du gesehen, wie die geflogen sind? Für euer Chitty und euer Fleisch. Ich bring's gleich weg, Mensch. So, ich hol's schon. Wir sind verliebt. So, ich schicke. Schön, das ist shear. So, ich schicke. So, ich schicke. ich will mir lange verarschen erst mal kommt die lophosaurier dann kann man auf die scheiß liegen und natürlich mit einem habs 700 steine aber egal was muss die war laguna hier 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 und wir sind die aufgestellt und wir sind die wenn du Bären hast, die du nicht haben willst, gib sie einfach meinen Tüchern, wenn du loswerden willst, bevor du sie einfach rausschmeißt. Wie viele? Ja, aber nur weil sie da drin sind. So, jetzt gebe ich schnell meine Walze hier alles. Gut, ach, meine Walze hat ein Level ab. Ups, da hat aber richtig was platt gemacht. Echt nicht zu glauben, wie nervig diese Insekten hier sind. 350 Steine etwa. Das ist gut. Echt? Echt? Es ist gut, masks. So, was das? Dass wir zäden in dieser Zauber konflikticken zur Zauberkattung verlassen, Ja, Potter ist luxuriouser. Charme undpreneur, war esuter? nicht? Vielleicht hat man das遊ermus. 저기 ein paar Ar respekt. Vielen Dank.